Mein Name ist Marco Becker, ich bin 22 Jahre alt. FIFA 19 auf der PlayStation 4. Mein größter Erfolg war der Global in Bukarest. Das war dieses Jahr, da bin ich in die Top 32 gekommen. Mein Ziel ist auf jeden Fall nochmal auf ein Major-Event zu kommen und auf jeden Fall vor der Grand Final. Ich bin 96 geboren, Hannover 96, das passt. Niklas Vöhlkrug, ich finde ihn einfach bärenstark. Mein allgemeiner Lieblingsspieler ist Lionel Messi, ich finde einfach seine Dribbling-Künste atemberaubend und es macht Spaß ihm zuzugucken.